Ja, es ist sehr weit hergeholt. Die Map hilft ungemein auf den Weg. Welcher war das? Der nicht. Hier war die Map. Ich kenne doch den Weg. Wofür brauche ich die Map? Das war doch schon überall in Hunderten von Handings. Ich brauche die Map nicht mehr. Jetzt bin ich echt zu schwer zum Tragen. Ich habe 4 Items dabei und bricht das zusammen. Jetzt wissen wir, wohin das werden muss. Dafür ist der Kompass vielleicht gut. Die Karte? Ich weiß nicht. Oder ist das das Kreuz? Man geht an der nächsten Stelle. Kann schon sein. Das hängt dorthin. Heute mal jemand aktiv im Chat. Das ist ja was ganz Besonderes hier. Aktiver Chat. Ich habe Zuschauer. Sachen gibt es. Man glaubt es kaum. Beim letzten Part. Beim letzten Stream Revenger nochmal. nochmal hier ordentlich. Wen im Chat gehabt. Zum Beispiel. Währends ich meinen Burger. Falls ich ihn noch aufheben kann. Ich meine das Bier. Du älst ein Bier. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Das Bier verfällt. Ja, es wird sein, wo wir hin müssen. Müssen wir uns mal beilen. Es wird hier knapp. Oha, wir haben noch ein Leben. Was jetzt auch rutscht, dass du in das Bier verfällst. Nein, 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 nein. Ja, der ist schon verkackt. Jetzt kriegen wir niemals das Rechtssättchen. Müssen wir uns ein bisschen beeilen, dass wir auf einen cleveren Weg herkommen. Ich schätze mal, das muss zur Prinzessin gemacht werden, oder? Das muss hier. Das war doch dort oben das Fenster der Prinzessin. Wir müssen ungefähr so hin müssen. Ah, hier haben wir auch ein Ablauf-Dingens. Wahrscheinlich nachdem wir das einmal verdorben haben. Sollte man am besten schon vorher runterfahren, hier das Ding. Und darüber flitzen kann. Das wäre vielleicht geplant. War das hier hoch? Ich meine, das kostet mich ja schon fast ein halbes Bier. Nein. Da hier nochmal abstürzt. Auf zum Prozessin. Wie soll das gehen? Der Fahrstuhl, der dort schon so lange. Vielleicht oben drüber. Das wäre vielleicht noch eventuell. Ich finde, der König ist wesentlich einfacher. Das Bier ist schal geworden. Ach so, so erklärt er das. Ja gut. Ich würde mich da mal runterstürzen, damit ich da irgendwie das Ending... Nehmen wir dieses Ending... Und wie soll der König leichter sein? Das ist ungefähr die gleiche Entfernung. Das ist ja... Vorbereitungen gezogen. Dann kommen wir doch hier nicht hoch. Wir haben Vorbereitungen am Arsch. Das kann klappen. Der Fahrstuhl ist wirklich zu langsam. Und weil es hier... relativ gut sind. Was wir nicht sind. Dann können wir da oben drauf springen. Jetzt schon über die Hälfte rüber. Jetzt hier hoch. Du, das wird nix. So könnten wir zum König kommen, aber... Das ist doch ein bisschen zu... zu schnell. Alter Schwede. Ich bin blöd. Wieso Sekunde? Ich gehe mal raus. Ich bin blöd. Wieso Sekunde? Ich gehe mal raus. Ich gehe mal raus. Wie das funktionieren soll. Dann kommen wir ja nie wieder hoch. Aber gut. Wenn wir die Brücke schon mal unten haben. Das bringt uns einiges. Das wird uns einiges an Zeit einbringen. Wenn wir da jetzt wieder hoch kommen wollen. Vielleicht zurück an den Start. Und dann... Da wieder hoch. Das wäre eine Möglichkeit. Über die Links. Aber Achtung, Abgrund. Okay. Jetzt an den Start nochmal zurück. Und dann gehe ich nochmal den... Und vielleicht noch mal den... Weg. So geht es auch. Wenn wir nochmal von vorne... jetzt müssen wir hier mal hoch kommen. Das wäre das Ding. Laufen wir hier mal durch die Abwasserkanäle. Das kommt mal nicht. Das ist irgendwie ja... Kommt nochmal wieder hoch. Oder auch nichts. Wenn wir jetzt den ganzen Weg zurück... Jetzt muss noch einmal von vor kommen. Oha, ein Delfin. Wie kommt denn der hier her? Der hat Skirritte aus der einen Quest. Jetzt sind wir hier wieder beim Haus. Nein, hier nicht. Hier kommen wir doch jetzt nicht hoch. Das ist doch kacke. Dann brauchen wir das Schwert. Ich hoffe, das Versorgung ist jetzt nicht die Quest. Jetzt das Schwert mitnehmen. Oha, ein Leben noch. Dann stelle ich nicht blöd an Zwergi. Keinen Charme kriegen. Ich glaube, dass das uns schon viel bringt, dass wir da die Brückbote gelassen haben. Wenn es mit dem Birner nochmal kommen, dann passt das. Vorsichtig jetzt. Warten, 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 warten. So ein Dreck. Ach komm. Wird es hier nicht mein Leben riskieren. Sehr schön. Oh nö. Oh nö. Als ob ich da nicht mehr hochkomme. So. Ich bin jetzt auch ziemlich schwer hier. Schwer geworden. Zum Ende wollen die Entwickler uns nochmal fordern hier. Bevor es ins Finale geht. Das Lauf. Jetzt gehts. Alles oder nichts. Hier ist noch ein Gegner. Oh. Oh. Soll ich hier die Zeit verschwended? Ich verkack's. Nee. Das wird nichts mit dem Fahrstuhl. Das ist zu langsam. Wir müssen jetzt nochmal von vorne anfangen. Das wird nix. Das kann ja nix werden. Sollen wir das der Prinzessin geben? Das ist jetzt weg. Das können wir nicht nochmal holen, oder? Okay, dieses Ending mache ich heute noch. In der 99 und 100 tun wir dann beim nächsten Mal. Das werde ich heute nicht mehr schaffen. Diesen Aufwand. Bis zum nächsten Mal.